Guten Morgen zusammen, ein letztes Mal leider schon aus Miami. Heute Abend geht unser Flug zurück. Wir haben jetzt gerade hier in diesem richtig tollen Hotel gefrühstückt zusammen und werden jetzt gleich noch ein bisschen wahrscheinlich Lille Havanna machen, vielleicht auch noch mal so einen Walmart hier besuchen, der in der Nähe ist. Ja und dann schauen wir mal, dass wir noch die letzten Stunden ein bisschen nutzen, das noch mal genießen, bevor dann der Urlaub endgültig für alle zu Ende geht und dann heute Abend der Rückflug um 20.15 Uhr ansteht und wir dann morgen irgendwann wieder in Deutschland werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.